Ja, moin erst mal. Heute geht es vor allem darum, wie man Audioformate quasi findet, was es für verschiedene Formate gibt und ich zeige auch ein paar Einsatzbeispiele. Und heute ist also quasi so ein bisschen die Metafolge. In anderen Folgen würde ich darauf eingehen, wie wir das Ganze machen können und welche Technik wir dafür nehmen können. Wir sind schon mit uns ein bisschen Spielereien. Die gucken wir uns dann in anderen Folgen mal an. Ich schalte erst mal meinen Bildschirm frei. Moment. Genau. Also heutige Folge geht um Audioformate und Einsatzbeispiele. Die Kernfrage, die jetzt glaube ich alle interessiert, warum das Ganze eigentlich? Prinzipiell ist ein Audiokanal relativ einfach zu haben. Das heißt, wir kriegen was auf die Ohren. Wir haben die Möglichkeit, ein einfaches Feedback zu gestalten. Das Ganze ist sehr persönlich und in der Regel, wenn ich mir so längere quasi Kommentare unterarbeiten und sowas mal angucke, ist das nicht mal eben schnell geschrieben, vor allem, wenn man es schön machen möchte. Das heißt, so ein Audiofeedback kann auch mal deutlich Zeitersparnis mit sich bringen. Wie kann man so ein Audiofeedback eigentlich gestalten? Die Frage ist nicht erst seit Corona interessant. Also das ist zum Beispiel ein Blog-Eintrag von der Schule, die mit QR-Codes quasi die Audioschnipsel verbreiten. Und das ist dem Jahr 2017. Das heißt, im Prinzip auch hier wurde quasi eine Tonspur angelegt und die Software Audacity verwendet. Auch die werden wir in späteren Folgen mal behandeln. Und die ganzen Sachen wurden eben hochgeladen und QR-Codes generiert, sodass eben jeder Schüler seinen eigenen Zugangslink dafür hatte. Auch eine andere Schule macht das Ganze genauso. Das heißt, auch hier sehen wir hier sehr schön das Beispiel. Wir haben sozusagen den QR-Code unten unter der Klausur drunter geklebt. Und im Prinzip hat man so die Möglichkeiten, sehr, sehr direktes Feedback zu geben und das Ganze ein bisschen persönlicher zu gestalten. Dazu habe ich auch ein Hörbeispiel dabei. Vielen Dank für Sie. Well, first of all, I don't know. I think the video started a bit later because I didn't quite get everything of your introduction. So just make sure that you start the video on time. Next time it's not a big deal. But I just wanted to let you know that I didn't get the whole introduction. However, what I did see was that, Kristianne, you told the viewers what was going to happen. So you're going, you're earning the answer, you're going to answer emails, letters by viewers, by teenagers. So I think that was a good idea. When you read out the letter, Kristianne, don't read so, so quickly. Slow down a bit. It's very hard to understand, especially if you don't have any pauses between one sentence and the next. Okay? Also wir sehen schon, wir haben ja die Möglichkeit, also jetzt gerade vor allem im Sprachenunterricht gezielt Audio-Feedbacks zu geben. Eben auch hier wurde die Aufgabe gestellt, dass Schülerinnen und Schüler selbst Audio aufnehmen sollten. Man kann zum Beispiel bei der Moodle-Plattform entsprechend dann sozusagen Ton aufnehmen und das Ganze einspielen. So hat man die Möglichkeit eben auch dieses Verstehen zu trainieren. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler müssen sich selbst überlegen, wie sie das Ganze vertonen. Also was sie sagen, wie sie es sagen und das Ganze hochladen. Und man hat eben die Möglichkeit, ein direktes Feedback zu liefern. Und damit hat man eben eine sehr schöne Möglichkeit, mal einen Unterricht anders zu gestalten als nur Text und Abgabe und Gebeem. Genau. Eine sehr andere Form der Audioaufnahme ist ein Podcast. Das heißt, das ist eine Art Radioformat. Wir nehmen eben Audio auf und laden das Ganze irgendwo hoch. Das heißt so 1 zu N. Wir streuen das Ganze in die Menge. Auch da gibt es Möglichkeiten, das Ganze eben auch geschlossen zu machen. Das heißt sozusagen den Link nicht öffentlich zu machen für den Podcast, dass man eben sagen kann, okay, ich mache zum Beispiel einen Unternehmens-Podcast oder ich mache einen Schul-Podcast. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler auf Zugang haben. Natürlich kann man die Dateien irgendwo unterladen und dann verbreiten, aber wir gehen erstmal davon aus, dass das keiner macht, weil alle ordentlich aufpassen. Podcasts können von wenigen Minuten bis mehrere Stunden dauern. Das heißt, der einfachste Podcast ist wirklich ein kurzes Gespräch. Moin, wie geht's? Alles klar, wie ist das Wetter? Und können aber auch dann wirklich längere Podcasts dabei sein. Ein schönes Beispiel machen wir noch. Wir haben also Möglichkeiten, das Ganze einfach zu verbreiten. Wir können halt auch das Ganze irgendwo hochladen und einen Link generieren und das Ganze verteilen. Das Ganze kann von mal schnacken bis zum Bildungsgut gehen. Das heißt wirklich bis hin zur wissenschaftlichen Abhandlung, die man diskutiert. Und auch da habe ich ein kleines Beispiel dabei. Das ist der Podcast, die wir anrufen an. Das heißt, hier wird ein Experte, eine Expertin angerufen. Was ist agile Schule? Diese Frage beantwortet ein Buch, das gerade erschienen ist, von Friedemann Stöffler und Matthias Förtsch. Die beiden rufen wir an. Sie sind beide Lehrer, sie sind beide gemeinsam Buchautoren. Und mal gucken, ob wir auch gemeinsam mit Ihnen telefonieren können. Matthias Förtsch. Hallo Matthias, hier spricht Jöran. Hallo. Wir gucken mal, dass wir eine Dreierkonferenz hinkriegen und nehmen noch die Telefonnummer dazu von Friedemann. Friedemann Stöffler. Hier spricht der Jöran und der Matthias ist auch schon da. Hallo Jöran. Großartig. Ihr habt ein Buch geschrieben, es heißt Agile Schule. Meine Frage ist ganz einfach. Wir machen mal keine Darbungen. Genau, also wir sehen uns hier eine Möglichkeit, einfach einen Podcast aufzunehmen, in dem Fall ein Telefonnummern. Das Setting dahinter ist noch ein bisschen komplizierter, weil man ein Telefonnummern aufzeichnen muss. Aber so prinzipiell kann man eben auch beispielsweise ein Skype-Gespräch mitzeichnen und das Ganze irgendwie dann verarbeiten. Es muss natürlich auf beiden Seiten klar sein, dass das Gespräch aufgezeichnet wird, aber das wäre so ein einfaches Format dafür zum Beispiel. Und man hat eben sozusagen jetzt in dem Fall noch einen Blog dazu. Man kann das Ganze eben auch schön kommentieren und da die Möglichkeit sozusagen über den Podcast hinaus noch ein Gespräch anzuwickeln und dann zu gucken, dass das Ganze noch ein bisschen fortgeführt wird. Eine andere Möglichkeit ist dann eben zum Beispiel Bildungsfern. Das ist ein Podcast, der von einem Berufsschullehrer initiiert wurde, vor allem in Corona-Zeiten, der sich quasi im Prinzip dazu ein bisschen unterhält, was in seiner Schule so entstanden ist, wie das so funktioniert mit Corona und welche Möglichkeiten zur Weiterbildung das Ganze hat. Hat angefangen mit einem Solo-Podcast, das heißt, er hat ins Mikro gesprochen. Mittlerweile hat er eben Gäste dazu geholt, einen Kollegen und auch mal ein paar Schüler dazu interviewt und sehr schön. Sternengeschichten ist mit einem der Bildungspodcast, das heißt, ein Astrophysiker erzählt uns etwas über die aktuellen Forschungen und die Entwicklungen innerhalb der Astrophysik. Und das Bildungstaxi beispielsweise ist ein etwas längerer Podcast, da unterhalten sich zwei Berufsschullehrer über alles, Gott und die Welt. Und darüber hinaus gibt es noch wesentlich längere Podcasts, beispielsweise Bildung halt entfernen zum Thema digitale Lehre oder MinCorrect, die dann eben vor allem so naturwissenschaftliche Abhandlungen verbreiten. Eine ganz andere Idee, also wir hatten jetzt sozusagen die Fälle mit, okay, ich nehme Ton auf, verbreite ihn als Podcast beispielsweise. Wir können uns aber auch einfach sagen, okay, wir nehmen uns ein Video, vertonen das neu, das heißt, wir nehmen neue Tonsporen auf. Wie wir das Ganze dann quasi zusammenfügen, also wie wir quasi aus einem Tonstück und einem Video, was schon da ist oder was wir noch anfertigen, quasi was Gemeinsames produzieren. Das gucken wir uns in der anderen Folgen noch an. Man könnte auch Hörspiele aufnehmen, das heißt, da hatte ich mir auch sowas überlegt, wie man nimmt sich ein Hörspiel, was schon da ist und sucht sich die Textspuren raus. Das gibt es teilweise, dass man sozusagen den Text zum Hörspiel findet und gibt das Ganze zur Aufgabe auf, schreibt den Text um, dichtet ihn neu oder macht Neusprecht raus oder schreibt ihn in irgendeiner Sprache um und nimmt das Ganze entsprechend wieder auf. Das ist auch eine schöne kreative Aufgabe, da kann man sich ein bisschen austoben. Und ganz klassisch, wir nehmen irgendeinen Screencast auf, der ist zwar schon vertont, aber nicht gut vertont oder wir wollen den ganzen Punkt verschieben, also einen neuen Schwerpunkt geben, dann nehme ich den ganzen Ton neu auf. Und ganz schöne Idee ist, auch eine Audio-Guide anzufertigen. Das heißt, wir gehen quasi durch unsere Schule, wir gehen durch unsere Stadt, durch unsere Stadtviertel und erzählen so ein bisschen darüber, was wir so sehen, welche Entwicklungen es dabei gibt, machen vielleicht ein kleines Interview dazu und hat man so die Möglichkeit, ein bisschen was an Feedback reinzuholen. Auch hier ist sozusagen der kreative Ansatz dahinter. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich halt überlegen, wie gestalte ich das Ganze, auf welche Punkte gehe ich ein. Jetzt zu Corona-Zeiten kann man aber durch die Wohnung gehen und die Wohnung entsprechend erklären, was man so macht, wo man den Tag verbringt. Und auch das wäre also ein kreativer Ansatz, abseits von einem stinknormalen Tagebuch. Genau. Jetzt haben wir das Ganze aufgenommen. Das ist schön. Aber wohin denn damit? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte eine eigene Umgebung haben, also beispielsweise ein Moodle oder ein WordPress mit einem Podlove-Plugin. Das geht relativ einsteigerfreundlich. Das heißt, man nennt die Dateien nur hoch, fügt die als Link irgendwo ein. WordPress mit Podlove ist auch so ein Ding, da kann man eben wirklich dann sozusagen Podcasts an sich einpflegen und die ganzen mit Metadaten versehen und relativ einfach einbauen. Man könnte die Dateien auch irgendwo bereitstellen, also irgendeine Cloud-Lösung bereitstellen. Next Cloud, etc. Wie Transfer. Und bestimmt noch ganz viele andere Ideen, die mir noch nicht gekommen sind. Da bin ich sehr offen, was man so diskutieren könnte. Talking about Technik. Die spannende Frage ist ja, wie nehmen wir den ganzen Kram auf? Prinzipiell ist ein externes Mikro immer besser als gar keins. Das heißt, die Handys, die wir heute haben, sind zwar sehr, sehr mächtig, aber das intern eingebaute Mikrofon ist nicht das Beste, was wir kriegen können. Das fängt schon an mit einem ganz normalen Klinken-Mikro. Das heißt, wir haben ja meistens bei den Telefonen so ein Headset dabei. Das ist schon besser als das eingebaute Mikrofon, weil das eingebaute Mikrofon quasi alles um sich herum mit aufnimmt. Wir haben dann so einen kleineren Fokus mehr. Ein gutes Mikro geht so ab 20 Euro los. Ich weiß, dass einige Podcaster mich jetzt gerade töten wollen, weil 20 Euro ist kein gutes Mikro. Aber so das Headset, was ich aufhabe, kostet knapp 30 und macht bereits sehr guten Sound. Also, sagen wir mal, reicht für den Screencast auf jeden Fall aus. Mehr geht immer. Das heißt, ich habe hinter mir schon so ein Kondensator-Mikrofon stehen. Ich habe vor mir ein Gaming-Headset liegen. Die haben natürlich alle noch bessere Mikros, die noch Rauschnutdrückungen dabei haben und vielleicht ein bisschen mehr rausfiltern, als man so hat. Fangt klein an. Hört erst mal rein, was ihr so aufnehmt. Wenn es nicht total rauscht, ist das schon gut. Wenn es mehr werden soll, geht das auf jeden Fall immer. Und prinzipiell gibt es kostenfreie Software dafür. Das heißt, da gehen wir noch drauf ein. Audacity habe ich schon vorhin erwähnt. Das ist ein sehr mächtiges Tool, was auch ein bisschen plattformunabhängig ist. Das heißt, das gibt es für Windows, für Linux und für Apple. Darüber hinaus geht alles, was irgendwie natürlich Tonschnittstil für uns produziert. Wenn ihr es eben schön haben wollt, müsst ihr euch ein bisschen reinlörten. Die generelle Regel ist immer, der Ton ist wichtiger als das Bild. Ich habe ein bisschen geguckt. Ich habe da nur eine wissenschaftliche Abhandlung von einer Automobilindustrie gefunden. Wohl gesagt wurde, dass Störgeräusche extrem empfindlich von uns aufgenommen werden. Das heißt, es kann alles perfekt sein, aber wenn es ab und zu mal klackert, ist eigentlich das Klackern bei uns vollkommen im Fokus. Das heißt, versucht den Ton wirklich so gut wie möglich zu kriegen. Das heißt, auch selbst wenn ihr ein Screencast aufnehmen wollt, der Ton ist immer noch wichtiger als das Bild. Ja, das war quasi ein kurzer Input. Wie gesagt, wir werden in den nächsten Folgen noch im Vorhinein eben auf die Tools eingehen und uns überlegen, was wir damit aufnehmen können. Aufnehmen. 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 Aufnehmen.